ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Whitelands um wir sind jetzt hier und um ja versuchen noch mal diese Gegend hier zu räumen das letzte Mal wurden wir ja mit ein paar Mörsern verjagt wurden genau also da der Schafschütze wieder ja der ist zu dumm der kann nicht snipen der bringt uns jetzt auch nichts ich will den hier vorne sehen da ist einer markiere einen Hauptmann und irgendwo hier muss einer sein na da ich hatte ein Ziel ok ok moment 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 ich muss mal kurz was schreiben gut gut sorry Entschuldigung es geht weiter so da hinten ist auch noch irgendwo einer da drin ach so ja der der zieht ja eh nix wo das empfiehlt da sind viele als einer ich sehe ein Hauptmann das blöde ist das Prozent der Schalter und so auf der anderen Seite ist hier ist irgendwo einer oben mindestens einer ich wusste ja dass einer da ist weil die immer Selbstgespräche führen was echt niedlich ist wird er jetzt hier reinkommen oder was ach da geht er hoch na dann zeige ich ihnen mal Chris wer im Universum hat Schüsse gehört ja wahrscheinlich eher siehst du mich da oben sind noch ein dritter da wird es aber nicht bleiben meine kleine gut auf jeden Fall können wir den jetzt ausschalten da hat eine schöne Waffe m4a1 habe ich die auch warte mal äh ne neue Teile Unterlauf ja ne brauchen wir nicht m4 m4a1 kann ich die wechseln warte mal so na verdammt da kann ich ja nix ändern warte nee dann ändere ich das wieder hat gespeichert hat gespeichert ähm ok warte im moment äh ich cutte mal kurz oh der hat gar nicht aufgenommen oder was äh warte mal so gut alles gut er hat alles aufgenommen alles ist gut ja ich bin ja unten ich bin ja gar nicht mehr oben so ähm alles gut alles schön hm mmh wo ist der Unidat? Hey, Rekartellleutnant! drüben am Hafen hallo schön dich kennenzulernen ich mache das Telefon kann ich den sehen natürlich kann ich ihn nicht sehen dafür kann ich dich sehen ich kann dich sehen und ich kann diesen hier machen war dann jetzt geht es wieder ab da sind ein paar die Haft mal durch ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen da ist einer mit Maschinenpistolen hier im Haus müssen noch ein paar sein noch mal runter da ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen der Weg jetzt da ist noch irgendwo einer das macht 20 und da ist ein und da ist einer und da unten ist einer den bekomme ich nicht mehr da yes super easy gut dann dann warte ich mal kurz auf den Schnuggelschen bis der wieder die Seite wechselt schnuggel 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 der war schlecht schnuggel schnuggel so okay nichts passiert hua hua gut ein bisschen weniger flickig ich habe selbst keine Ahnung was ich da war so oben ist ein Sniper jetzt hat er könnte ich einmal ausnahkern verdächtigt ich sehe ich war zu nah verdammt i was to close nein ich ich will so rumschauen nein ich ist nicht mehr verdächtig der ist glaube ich hier jetzt im anderen Haus drin okay so ich gehe mal so rum ich muss mal kurz überlegen also wir haben wir haben jetzt da vorne ein 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 typi der kommt jetzt zu mir also beziehungsweise in schussreichweite bleibt sogar stehen das ist natürlich sehr schön ich vergesse immer den der da steht den muss ich jetzt mal abholen ja komm mal raus und geh zu mir ich warte hier auf dich okay er geht er bleibt stehen der ist einfach ich bin nicht verdächtig genug das ist echt schlimm ich kann nicht einfach hier raus gehen und den dann abholen vielleicht ja doch alles gut alles gut verdächtig ah der verdächtig die beiden verdächtig schade dass ich mich da nicht unter die treppe klemmen kann das wäre lustig wo warum er hat er hat mich gesehen und hat keine Alarm gegeben in ein paar sekunden sind die bei uns was machen wir seit unsichtbar kann ich das sagen halt neu formulieren das nervt doch die haben nichts gesehen der typ der was gesehen hatte ist tot ich glaube nicht ich glaube es wäre ruhig die mussten hierher kommen was macht ihr denn da naja scheiße respawn jetzt kommt der märzer er hat wir kommen sie nicht mehr Angst wir sind schon ganz woanders die haben halt jetzt Ahnung dass wir da sind wie geilen blöden Scheele glücklicher kein Fehler ist so was doofes so dann gehe ich mal zum Sniper und sag den hallo weil da ist gerade niemand auch vollend ja ja sehr schön da unten die sind da ja uns gefolgt sehr gut das macht es einfacher ja von wo hat er geworfen von hier und dann ja okay so 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 sobald er um die Ecke geht der geht nicht um die Ecke der kommt her locker bleiben alles ist gut zurück bevor sie dich entdecken so die Ecke fern so 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 die Außer den. Was macht der? Puh. Hä? Was machst du? Ich will es nicht wissen. Äh. Was machst denn du da? Das war knapp. Was? Das war knapp. Deine Mutter war knapp. So, dann mach ich mich mal wieder auf dem Weg. Ja, es war knapp, seit ich gesehen habe, ne? Ich weiß schon, ich weiß schon. So. Dann mach ich die zweimal. Ja, jetzt geht der nämlich, äh, wieder weg. Okay. 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 Ich geh mal nach da. Da kommt jetzt auch der zweite rein. Da kann ich ja zwei auf einmal töten. Hä? Wo, wer, was? Wir werden dich sehen. Warte. Da ist der Server mit der Gästeliste. Okay. Das ist alles gut. Okay. Okay. Dann holen wir uns mal die Gästeliste ab. Aber erstmal Muni. So. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit den Namen und dann los. Starte den Download Konzentration. Ja. Wir hätten alle töten müssen, bevor... Sicher den Bereich während der Download läuft. Scheiße. Wir hätten alle töten sollen. Heli im Anflug. Feuer. Verstand, da kommen Sie. Was ist der Plan, was? Habe ich doch gerade gesagt, Feuer. Wir werden viele angreifen. Heli, in den Staub. Oh, das ist immer anders! Ein Heli, los runter! Ich weiß, dass da ein Heli ist. Scharfschütze runter mit dir! Wo? Heli, runter! 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 Ah, da oben. Scharfschütze! Scharfschütze! Kein Scharfschütze! Scharfschütze! Ein Heli, los runter! Runter! Alle runter! Heli! Scharfschütze! Keine Tango's mehr da! Der Scharfschütze hat uns anvisiert! Scharfschütze! Scharfschütze! Der Scharfschütze! Der Scharfschütze ist sauber! Scharfschütze! 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 Stifte ein paar Krankenhäuser! All das, was die Menschen brauchen, ist nur Hente! Denn die Bibel sagt uns, an seinen Werken erkennst du ihn! ja Bibel zitieren aber dann nicht die vollständige Bibel da ist ein Sniper runter auf den Boden Hubschrauber sofort auf den Boden so gut das war Sniper achso ja die schießen durch die durch die Wand diese Ärsche Heli in den Staub Shit ein Scharfschütze achso runter alle runter Heli Heli runter runter ja voll dieses Wasser auf den Boden Hubschrauber auf den Boden Hubschrauber auf den Boden Halt okay Hubschrauber auf den Boden ja aber lange ist der nicht mehr da ich weiß nicht ob ich wissen will wer auf der Gästeliste ist vermutlich die Bilderberggruppe wer ja eben wahrscheinlich die Bilderberggruppe wer da schon wieder da Heli runter runter na ja geil die machen wir jetzt auch noch fertig auf den Boden Hubschrauber ja jetzt ich scharfschütze na du hast du auf 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 Das war's für heute. Du weißt schon, dass du jetzt platt bist, ne? Also. Na, was für eine Sauerei. Schon, gell? Wartet, Waffenkiste entdeckt. Geil, das kann ich gut gebrauchen. Tatsächlich. So, gut. Dann sind wir... Oh, wir haben schon wieder voll überzogen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.